Der war gut. Der war gut. Der war gut. Ja, ich weiß. Warum nimmst du Alter? Da hab ich dich beim letzten Mal noch aufgeschlagen. Da hab ich dich locker rasiert, mein Freund. Ja, aber du hast mich auch auf Container immer locker rasiert. Ja, das ist... Was ist los? Hast du schlecht geschlafen heute? Ja, ich bin nicht gewohnt, dass ich morgen frei habe. Du weißt, es steht nach Runden heute schon 8 zu 1 für mich. Wolkenkratzer 4-0 Container. Das ist die erste Folge, die wir heute aufnehmen. Und deswegen wird es schwer für den Gesamtsieg für dich heute. Ja, ist mir egal. Ich hab nur noch FIFA 7 im Kopf, deswegen. Ach, du hast überhaupt nichts im Kopf. Das ist ja dein Ding. Alf, du Ü30-Sack. Ach, lächerlich. Einfach lächerlich. Ja, aber dieser Ü30-Sack macht dich ganz schön nass, ne? Ja, GTA ist halt dein Spiel. Ja, hat man ja auch in den letzten zwei Runden eindeutig gesehen. Dafür ist FIFA nicht so dein Spiel, aber das wissen ja eh schon alle. Ja, interessiert auch keinen. Doch. Oh, halb tot. Ich muss mich erst mal erholen. Ich brauch so'n Kit. Wo sind denn diese First A-Kits? Wo sind denn diese First A-Kits? Ah, Mann, wie kann man's schlagen? Alf. Ich hab die falsche Waffe gehabt. Alf. Ah, 8 zu 2 nach Runden, Gesamt. Ach, nach Runden zählt nicht, mein Freund. Du kommst also ran. Also, du fliegst da richtig dran. Ja, aber Container Jawolski, deine Map hast du auch geführt. 1 zu 0. Daran kann ich mich nicht erinnern. Letzte Folge. Da saß mein Bruder hier. Hahaha. 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 So, Alf. Jetzt ist 2 zu 0. Pfff. Hahaha. Hahaha. Wenn ich die Runde jetzt gewinne, dann lache ich dich so aus. Ja? Ja. Hahaha. Dann verkauf ich das scheiß Spiel. Ja, du brauchst jetzt nicht so künstlich tun hier. Was? Na, so künstlich witzig. Hallo, deine künstliche Lache, mein Freund. Ja, du bist hier wieder künstlich witzig und so. Jetzt zieh das hier nicht künstlich in die Länge, mein Freund. Das zieht nicht. Denn ich werde dich jetzt vernichten. Aber nur vielleicht. Nein! Ich hatte ihn im Visier, das gibt's doch nicht. Wie er wieder ruhig ist, weil er sich jetzt so voll konzentrieren, weil er nicht verlieren will. Das sagst du auch nicht, mein Freund. Ich warte aber darauf, dass du hier mal ein paar Worte trellerst. Ich rede die ganze Zeit, aber du... Du redest die ganze Zeit. Du bist hier der Schweigefuchs. Lächerlich. Du lässt sie den Schweigefuchs raushängen. Oh, du bist hier. Oh, du bist hier. Oh. amas Benut. Oh, das ist das. Oh meine Gott. Oh. Oh, wie das? Oh, wie das? Oh, wie. Oh. Ah! Der war gut. Der war gut. Der war gut. Ja, ich weiß. Das sind doppelte Punkte, da weißt du schon... Lächerlich, ey. Ja, ausnahmsweise gehst du mal 2... 8 zu 3 jetzt, nach 3 Spielen. 8 zu 3. Hä? Ich bin aber 2 zu 0 hier. Nee, auf 8 zu 5 könntest du verkürzen. Ach, 2 zu 0 steht das. Weil du hast ja 2 Runden gerade richtig abgelost, ne? Das war ich nicht. Hahahaha. Hier ist ich wieder ziert, der Kleine. Guck, wo andere sind. Da macht man den Eimer richtig nackig, ne? Hä? Ja. Ich war das wirklich nicht. Ich hab dich auf deiner Jawolsky Map ausgezogen. Wir haben Jawolsky Map gespielt? Ja. Wann denn? Ich kann mich nicht dran erinnern. Warum nicht? Ich war das nicht. Doch, doch. Nein, das war ich wirklich nicht. Ach, na sicher. Nein. Alf. Also ich weiß doch, wenn ich irgendwas spiele. Nee, ich glaub nicht. Doch. Aber ich war das wirklich nicht. Ach, wieder auf. Rächerlich. Ich muss mit irgendjemand anders gespielt haben. Boah, du hast das alles so geschnitten? Was du denkst, dass du mit mir gespielt hast? Aber ich hab nicht gespielt. Mein junger Padawan. Nee. Oh, verdammt die Taste, Clint. Ich hab nicht drauf gehabt, ey. Also Alf zweimal mit Haftbomben wegsprengen zu lassen. Ja, die Taste wieder. Also doppelte Punkte. Das wirst du bei mir sehen. Du wirst es in meinem Let's Play sehen. Das ist die scheiß Taste. 8 zu 7. 8 zu 7. 8 zu 4. Doppelte Punkte. Haftbomben sind doppelte Punkte. Oh, lächerlich, ey. Nur weil ich dich nicht abschießen konnte gerade. Pff. Du hast daneben geschossen. Nee, ja einmal. Ich hab den Sniper Schuss gesehen, mein Freund. Da hab ich schon längst die Haftmine geworfen. Beim zweiten Mal hatte ich deinen scheiß Kopf drauf. Halt, hör auf die Schmacken. Ja. Nee, ist so. Aber jetzt come back, Junge. Come back. Ich hasse die Map hier. Einfach keine Chance auf Alter. Ach, halt die Klappe. Weil Alter sagt man oft in Berlin. Und deswegen kann ich die Map einfach. Der war gut, ne? Was hat er denn jetzt vor, der kleine Frechdachs? Mit Campen geht er. Mit Campen geht er. Ich glaub, das war's. Selbstmord! Blablabla. Scheiße ey. Also Alter. Wie ich da runterfall. Ja. Die da, die zwei Games davor waren deutlich besser. 4 zu 0. Du bleib mal ruhig, du hast die letzten zwei Spiele richtig abgenut. Für deine großen Töne in der letzten Folge war's jetzt ziemlich schwach. Das war ja auch deine Map. Ich hab dich ja in deinem Heimspiel 4 zu 0 besiegt. Ja? Was? Ich hab dich ja in deinem eigenen Stadion in deinem Wohnzimmer. Ich hör dich nicht mehr. Ich hör dich nicht mehr, Alter. Ich hab dich nicht besiegt. Und das war das Schöne. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich hab da nicht gespielt. So, jetzt spielen wir nochmal Wolkenkratzer. Ich spiel jetzt nicht Wolkenkratzer. Weil mein Bruder hat letztes Mal gesagt, als er gegen dich Wolkenkratzer gespielt hat. So Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Wiedersehen.